Hey, die wollen uns als Organisatoren für die Abifeuer. Hm, sieht so aus. Wollen wir das machen? Ja, ja, wäre ich dafür. Guck mal, die wollen uns alle wählen. Cool, dann machen wir das. Ja, machen wir, ne? Sechs Stunden später. Hallo Frau Frey. Hallo. Wir brauchen... Und was soll das kosten? Na, ungefähr 20 Euro. Okay. 25 Euro. Ja, ja, sicher. Oder auch nicht ganz so. Okay, ich hab bestimmt was. Nee, ich hab auch kein Geld bei. In diesem Moment wurde mir klar, dass wir absolut kein Geld für unsere Abifeuer zur Verfügung hatten. Aber wie sollte man ohne Geld bitte eine Abifeuer organisieren? Ich träumte schon davon, wie schlecht unsere Party werden würde. Oh nein. Oh Gott, ey. Party ist ja richtig super geworden. Ja, da kommt richtig... Ja, total. Fast auf. Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen von dieser Kackmusi. Oh Gott. Super. Das ist fach und auf die Schocker. Ja, tschüss. Aber dann hatte ich den Einfall, dass wir für unser Geld auch beim Hausmeister oder so arbeiten könnten. Hallo. 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 Wir bräuchten noch ein bisschen Geld für unsere Abikasse. Wenn Sie da also noch irgendwas zu tun hätten. Oh, Arbeit. Da ist genug da. Das ist ja super. Ja. Aber das Geld gibt es erst danach. Ja, okay. Ist voll klar. Gut. Okay. Alles klar. Dankeschön. Bitte. Ja, danke. 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 Letzten Endes ist doch eine schöne Feier geworden. Hallo Leute, was macht ihr denn hier? Aufwachen! Los! Wir haben auch so viel zu tun. Wieso? Ist doch schon alles fertig. Ja, nee, nichts ist fertig. Feier ist in drei Wochen und wir haben noch fast gar nichts fertig gemacht. Ja, dann waren wir bei Frau Frey und haben die ganzen Sachen bestellt und haben für den Hausmeister gearbeitet. Ja, das müsst ihr wohl geträumt haben. Also...